wir sind immer noch in lapland und langsam wird es richtig kalt minus 20 grad haben wir und ganz viel schnee uns geht super unsere füße sind noch warm unsere finger sind noch warm alles noch im grünen bereich und den pelztier der ist ja unten den geht es auch ganz gut er hat zwar noch keine schuhe an weil für ein paar minuten kann man es auch draußen so aushalten wir wünschen euch ein frohes weihnachtsfest in diesem sinne macht's gut tschüss